Hallo und herzlich willkommen im vierten Basic-Video zum Videolernzyklus über die besonderen Punkte in einem Dreieck. Mein Name ist Philipp und ich werde heute mit dir in diesem Video den Umkreismittelpunkt und den Umkreis durchgehen. Die notwendigen Arbeitsmaterialien hast du hoffentlich von Basic 1, 2 und 3 schon am Arbeitsplatz. Falls nicht, findest du sie hier nochmal aufgelistet und wenn du diese noch holen musst, dann pausiere das Video kurz und keine Sorge, ich warte auf dich. Damit du besser vergleichen kannst, ob du mit deiner Zeichnung richtig bist, nutzen wir das Koordinatensystem und bei diesem wählen wir eine Einheitsstrecke von einem Zentimeter. Eine häufige Fehlerquelle bei den besonderen Punkten im Dreieck ist die Genauigkeit bei der Konstruktion der verschiedenen Punkte. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, sehr genau mit dem Zirkel und dem Geodreieck zu arbeiten, damit die besonderen Punkte exakt bestimmt sind. Versuchen wir uns am Umkreismittelpunkt und am Umkreis. Das Beispiel dazu lautet, der Punkt A hat die Koordinaten 1, 4, der Punkt B hat die Koordinaten 11, 4 und der Punkt C hat die Koordinaten 8, 11. Ich erkläre dir, wie man den Umkreismittelpunkt und den Umkreis zeichnet. Danach bist du dran. Als erstes benötigen wir ein kathesisches Koordinatensystem, damit wir die Eckpunkte des Dreiecks schön einzeichnen können. Danach können wir das Dreieck zeichnen und beschriften. Gut, kommen wir zum Umkreismittelpunkt. Der Umkreismittelpunkt ist der Schnittpunkt von allen drei Streckensymmetralen im Dreieck. Fangen wir mit der Streckensymmetrale der Seite C an. Danach bestimmen wir die Streckensymmetrale der Seite A. Die beiden Streckensymmetralen schneiden sich in einem Punkt. Wenn wir jetzt die dritte Streckensymmetrale der Seite B anzeichnen, dann muss diese auch durch den Schnittpunkt der anderen beiden Streckensymmetralen gehen. Dies ist eine sehr gute Kontrolle, ob du auch genau und richtig gezeichnet hast. Wenn man alle drei Streckensymmetralen in das Dreieck eingezeichnet hat, dann entsteht ein Schnittpunkt der drei Geraden. Und dieser Punkt wird als Umkreismittelpunkt U bezeichnet. In unserem Beispiel hat der Umkreismittelpunkt die Koordinaten 6,6. Das Besondere an diesem Punkt ist, dass wenn man in diesen mit dem Zirkel einsticht und für den Radius, hier rot eingezeichnet, eines Kreises den Abstand zu einer der drei Eckpunkte wählt, einen Kreis bekommt. Dieser Kreis beinhaltet alle drei Eckpunkte des Dreiecks und wird als Umkreis des Dreiecks bezeichnet. Wenn nicht alle drei Eckpunkte des Dreiecks auf dem Umkreis liegen, dann ist der Mittelpunkt nicht richtig. Es gibt dafür mehrere Fehlerquellen. Die erste Fehlerquelle können die Streckensymmetralen sein. Deshalb solltest du mit Hilfe des Geodreiecks nochmal nachkontrollieren, ob die Strecken wirklich halbiert sind. Weiters solltest du überprüfen, ob sich wirklich alle drei Streckensymmetralen genau in einem Punkt schneiden. Zuletzt noch, ob der Radius wirklich der Abstand zu einem der Dreieckpunkte ist. Versuche dich selbst am Umkreismittelpunkt und am Umkreis. Das Beispiel dazu lautet, der Punkt A hat die Koordinaten 1, 1, der Punkt B hat die Koordinaten 9, 1 und der Punkt C hat die Koordinaten 8, 8. Pausiere das Video kurz und versuche das Beispiel zum Umkreismittelpunkt selbstständig zu lösen. Gut, kommen wir zu unserem Beispiel. Der erste Schritt ist wieder, die drei Eckpunkte des Dreiecks in das Koordinatensystem einzuzeichnen. Anschließend können wir das Dreieck zeichnen und beschriften. Danach zeichnen wir die drei Streckensymmetralen in das Dreieck ein und erhalten den Umkreismittelpunkt U. Dieser hat in diesem Beispiel die Koordinaten 5, 4. Anschließend können wir wieder für den Radius eines Kreises den Abstand zu einem der Dreieckpunkte wählen, hier rot eingezeichnet, und erhalten so den Umkreis. Ich hoffe, du weißt nun, wie man den Umkreismittelpunkt und den Umkreis in einem Dreieck bestimmt. Versuche diese vielleicht noch in einem weiteren Dreieck einzuzeichnen. was er mit den Umkreisen aufgezeckt hat. Man hat sich dann selbst in einem Dreieck tekstet im sinauber注您 gesetzt,